Nein. Bis auf diesen komischen Geist gibt es hier anscheinend nichts mehr. Bogen ist wieder seine Waffe. Sehr gut. Okay. Weiter geht's. Auf in die Schule. Okay. Fallen suchen wieder. Du bist ja ein komischer Körper. Halfgards hat mir zu Hause immer eine Geschichte erzählt. Okay. Schledermaster. Die Schule scheint... Sind das Skelette? Die Schule scheint schon seit längerem nicht mehr in Benutzung zu sein, würde ich mal behaupten. Die Musik ist hier voll interessant. Fallen gibt es bisher auch noch keine. Schlimmeres. Schlimmeres. Schleime. Sagt mir, was zu tun ist. Ich hoffe, das bringt was. Nein, er hat mich gesehen, er hat mich gesehen. Was wollt ihr? Ja. Ich warte. Ich kümmere mich drum. Okay, Gallad. Wie wär's damit, Dreckskerl? Der Ocker-Gallad ist im Mund. Okay. Ich brauch. Ihr Gnome geht mir langsam auf die Nerven. Okay. Da liegt was. Grün-Schleim. Wie wär's damit, Dreckskerl? Magie-resistent. Oh, aber Schatil macht ordentlich Schaden. Ah, und er hat auch Erfahrung gegeben. Oh. Was ist denn das? Ein Buch? Carlini ist eine große Carlini, einer der schreckendsten Gestalten der Gnomenheit. Seine Experimente und Zaubersprüche aufgeschrieben. Die Schrift ist wirre und kragelig. Und wahrscheinlich könnte nur jemand, der genauso wahnsinnig ist wie Carlini, dieses gekritzelnd ziffern. Schade. Schade. Hmhm. Drang der Spiegel laut. Immun gegen Versteinerung. Ja, das bräuchte man gegen Basilisken. Davon sechs Tränke und ich nehm's mit den Basilisken spielend auf. Ach so, das ist gar kein Smart. Ich dachte, das ist ein Smart. Ich weiß jetzt nicht, das könnte vielleicht ein Quest-Item sein. Was soll ich tun? Ich kümmere mich drum. Okay, hier sind wir durch. Mich kümmert's nicht. Gibt auf jeden Fall hier unten Erfahrung. Das gefällt mir. Und mit den Skeletten hab ich ein paar gute Schleimblocke. Du bist ja ein K. Hey, pst. Hier lang. Oh, kann jetzt sein, dass ich noch einen. Was wollt ihr lang? Hm, blöde Skelett. Okay. Das ist, ähm, verdächtig. Okay. Das ist erst mal ein Schreckenswolf. Ja, sagt mir, was zu tun ist. Ist schon geschehen. Erst mal ist es nur ein Schreckenswolf. Ich warte. Ich bin dabei. Hier liegen voll die Schätze herum. Eigentlich soll der Schreckenswolf kein Problem mehr sein. Na, gibt auch nicht wirklich Erfahrung. Mich verwundert's nur, dass das keine Fall ist. Trank. Erstklassiger Dolch. Alles her damit. Hier gibt's einen Trank und einen Schatz. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Oh, Spinnenweben. Gibt's hier... Klar, es gibt hier Spinnen. Ich bin bereit. Gute Idee, das mir zu übertragen. Was soll ich tun? Lille, Lille! Viele Spinnen. Alles wegen des lieben Geldes. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Hör dir das Viech, bevor es Eier legt. Schatil, du bist einfach genial. Komm, Skelett, geh mal rein. Gibt's hier noch irgendwelche Ratten? Ich hab genug davon. Anscheinend nicht. Ja, es ist echt ungewöhnlich hier drin. Aber her damit. Dann geht's hier wohl weiter. Schreckenswolf. Okay, Schreckenswolf ist... Ja? Ich hoffe, das bringt was. Keine große Bedrohung. Du bist ja... Erzählst du mir die Geschichte von Wolf und den Seine Geißlein? Ach, bitte! Nur lästig, wenn er meinen Bogenschlitzen angreift. Sagt mir was zu tun. Ich kümmere mich drum. Was wollt... Ich kann euch nicht mehr sagen. Lasst mich gehen! Schreckenswolf. Ich kann euch nicht mehr sagen. Als du weißt. Das ist ein cooler Dungeon. Genauso muss ein Dungeon sein hier. Überall... Okay, ein paar Fallen fehlen irgendwie. Das finde ich ein klein bisschen enttäuschend. Aber überall mal kleine Gegner. Schätze. Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Ja? Schön für euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. Ich warte. Euer wertloses Leben wird hiermit beendet. Der hat noch seine ganze Sippe mitgebracht. Euer wertloses Leben wird hiermit beendet. Mich kümmert Hafgards hat mir zu Hause immer eine Geschichte erzielt. Du bist ja ein komischer Krauts. Komm, lass sie mal rein. Ich kann die gar nicht so wirklich angreifen. Unglaublich, was ein Schadenschattil macht. Meine Klammer, was du zufrieden, ist hiermit beendet. Oh, der Schreckenswolf gab schon einiges mehr Erfahrung. Komisch. Hm, die Skelette sind weg. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Naja, bei anderswitzig. Was wollt ihr? So wirklich brauchen die, äh, brauchen tue ich die Skelette nicht. Hier lang. Die sind zwar netter Schadensfänger, aber... ...nicht notwendig. Okay. Okay. Nirgends. Jemand oder etwas. Auch nichts Verstecktes. Muss ich natürlich hier drinnen irgendwas suchen? Wow. Hat das mich jetzt erschrocken. Aber hier ist nix. Okay, wir haben jetzt auch mal eine Falle gehabt. Aber eine sinnlose Falle, wie es schon... Ah, da gibt's noch einige, wo... Ach, ja, Orte. Ey, was ist denn deine Fähigkeit? Ach, eine Falle legen. Ich bin bereit. Ich hoffe, das bringt was. Ja? Denn ich verschwinde jetzt. So langsam. Da liegt wieder ein Toter. Warum liegen hier die Toten? Was ist hier passiert? Das könnte ja die Erklärung gewesen sein, warum da ein Toter lag. Oh. Ja, zum... Solange kein Vampirwolf dabei ist. Deine Zeit ist abgelaufen, Motherfucker. Das hat ordentliche Erfahrung gegeben. Respekt. Mich kümmert's... Hey, pssst. Hier lang. Ja, ja, hier lang. Du hast gecheckt. Halt, nee. Ist das da... Looten. Na gut, bist auch die Richtige hier, die Pfeile. Ach, ich musste es sagen. Ich musste es sagen. Ein Vampirwolf. Mami. Ich warte. Wir müssen draufhauen, was geht. Hm. Tiere festhalten. Ich hab keinen Bock zu aiden. Ja, den Ring. Nutze den Ring. Der macht. Hm. Hab ich mit dir schon was eingesetzt? Ja, ich hab mit dir schon was eingesetzt. Kupio. Komm, hör jemand anderes. Kein richtig. Ich bin bereit. Ich bin dabei. Das ist schlecht. Das ist jetzt gerade ganz schlecht, was da passiert. Ihr stört mich schon wieder. Ist ihr nachher? Kulture. Imperial. Draufhauen. Geht, wohin ihr wollt. Wenn ihr nicht von diesem Verfluchten in seinem Licht fernhaltet. Drauf, drauf. Alles, was geht, drauf. Schatil macht Schaden. Das ist gut. Kann ich das hier drin machen? Ich glaube nicht. Lol, das ging. Ich glaube, das war mal anders. Ich glaube, das ging mal nur außerhalb. Das ist der Scheiß. Wir haben tatsächlich ein Vampirwolf besiegt. Erst Sirenen, jetzt ein Vampirwolf. Wenn es denn sein muss. Das. Dauert nicht mehr lang bis zum Level ab. Das war klasse. Das wiederum ist nervig. Was denn jetzt? Kannst du euren Diensten? Euer wertlose Leben wird hiermit beendet. Ich warte. Gute Idee, das mir zu übertragen. Da kann man farmen. Oh, oder doch nicht. Was wollt ihr? Theoretisch könnte ich hier leveln. Denn ich verschwinde jetzt. Ich schlafe immer und hoffe, dass hier irgendwas krasses kommt. Ist hier vielleicht irgendwas? Bitte nicht noch ein Vampirwolf. Okay. Der Vampirwolf hatte ja anscheinend einen großen Opfer. Alter. Nimm einen Moment. Diese Falle hättest du sehen müssen. Ich bin enttäuscht von dir. Das Buch wollte doch ein Ar... Ah, die Tränke kann ich nicht draufheben. Sänger denn? Nao Nasa. Ja? Ich hab genug davon. Ach, das ist ein Stab. Olof zka les nao. Falle zugeschnitten. Ah, ja. Herrliche Tränke. Komm, den Stab darfst du auch aufheben. Hm. Hat sich doch gelohnt. Und ich bin mir sicher, irgendjemand wollte von Ulcaster da dieses Buch haben. Gegengift. Jedoch ist die Farbe irgendwie seltsam. Okay. Trank der Hügel Riesenstärke. Das ist brauchbar. Die Tränke, die werde ich auf jeden Fall... Ist das schon der zweite? Nein. Die werde ich auf jeden Fall alle aufbewahren für... Das fortgeschrittene Spiel. Die Geschichte von Licht und Dunkelheit. Irgendjemand wollte dieses Buch haben. Da bin ich mir sicher. Aber wer war das? Das weiß ich nicht mehr. Ach, den Beutel, den muss ich auch mal immer öfter wieder ausprobieren. Wenn es blutet, kann ich es auch töten. Schau. Konzentrierter Heiltrank. Danke, komischer Beutel. Ich bin bereit. Ich hoffe, das bringt was. Wem sollte ich das Buch mitbringen? Habe ich dann hinten noch eine Quest? Hat mir irgendwann eine Quest gegeben? Nach Datum. Bauerberufe. Achso, das ist noch nicht beendet. Ich könnte ihm noch helfen, irgendwie. Ja, mal schauen. Wischende Räuber. Ein Geist. Vor den Jahren verloren gegangen. Okay. Aber wo weiß ich jetzt nicht. Immer noch Räuber. Vorneinander Schatz. Zulog. Achso, hey. Das könnten die Hobo-Koplins, die den Zau... Ja, das könnte ich... Aber wo ist der? Geisterne. Der verlorene Sohn. Gurkus berühmter Umhang. Vielleicht habe ich die schon besiegt. Noch nicht Vertrauens. Ich bin mir sicher, das Buch habe ich... Ich kümmere mich drum. Hat irgendjemand gewünscht oder gesucht? Aber ich weiß nicht wer. Oh. Meine Klinge wird mich derecht stutzen. Ihr stört mich schon wieder. Oh. Oh. Okay. Vielen Dank.